Im heutigen Video haben wir für euch die 8 extremsten Wildhai-Angriffe zusammengestellt, die von Kameras aufgenommen wurden. Diese Bilder, die zu 100% echt sind, werden euch kalt den Rücken runtergehen. Lasst uns keine Zeit verlieren und beginnen wir gleich mit dem Video. 1. Der Tauchgang einer Gruppe von Tauchern in einer Region von Ägypten ist unerwünscht, denn dieser weiße Hai tauchte auf und biss einer Person der Gruppe ins Bein. Der weiße Hai, der sich im Bein des Tauchers festkrallt, lässt erst viel später von dem gepeinigten Taucher ab. Der verletzte Taucher wurde anschließend von seinen Kollegen gerettet und ins Spital gebracht. Zum Glück erholte er sich kurz darauf vom Angriff. 2. Dieser Haiangriff in Kalifornien im Jahre 2017 wird als einer der schrecklichsten angesehen. Dieser Kanufahrer wurde unglücklicherweise von einem Monsterhai überrascht und verfolgt. Der Mann, der um sein Leben ringte, musste minutenlang gegen den Hai ankämpfen. Glücklicherweise erreichte ein Rettungsboot diesen Mann schnell und rettete ihn in letzter Sekunde. 3. Wieder ist es ein weißer Hai, der in diesem Clip ein Fischerboot auf Lincoln Island in der Nähe von Südaustralien angreift. Der Hai, der dieses Boot ohne Grund angriff, versetzte die Fischer in einen Schock, wie man auf den Drohnenbildern erkennen kann. 4. Wie würdet ihr auf ein solches Ereignis reagieren? Dieser Mann wollte mit seinen Freunden eine gemütliche Bootstour machen. Als dieser Mann ins Meer sprang, hätte ihn ein Riesenhai fast erwischt. Zum Glück konnte er in letzter Sekunde wieder zum Boot zurückkehren. 5. Im folgenden Clip werde dir Zeuge eines Schreckmoments dieses Athleten. In der folgenden Szene wird der berühmte australische Surfer von einem Monsterhai überrascht. Er versucht sich gegen den Monsterhai zu wehren, er schlägt um sich und versucht sich so zu retten. 6. Diese Person ist gerade auf Fischfang-Tour. Er taucht mit einer Harpune und versucht den einen oder anderen Fisch zu fangen. Leider wird er von einem riesigen Hai überrascht. Der Hai ist so stark, dass sich das Tier die Harpune des Tauchers mit dem Mund wegschnappt. 7. Auf diesen im Ausland aufgenommenen Bildern ist zu sehen, wie ein Monsterhai versucht, den im Käfig befindlichen Taucher anzugreifen. Dank dem Käfig mit Eisenstäben konnte nichts Schlimmes passieren. Interessant ist es trotzdem. 8. Als letztes gibt's für euch einen furchterregenden Haiangriff, wie man ihn noch nie gesehen hat. Diese Bilder stammen von einer Gruppe von Tauchern, die auf dem Meer unterwegs sind. Plötzlich werden diese von einem wilden Hai angegriffen. Der aggressive Hai versucht das Boot mit aller Kraft zu zerreißen. Es gelingt ihm jedoch nicht und deshalb schwimmt er weiter. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.